Oh mein Gott, Omi! Ich hab's endlich rausgeschafft! Oh! Oh! Jiii! Hey, Jaita hier! Willkommen zu den Abenteuern mit Frederik Leopold Fast Barrington, dem Dritten. Freddy Fast Barrington! Ein FNAF 2 Freeroam Game. Was kann denn da schon schief gehen? Nun, finden wir es raus. Lass doch gern schon mal ein Däumchen da. Nö. Enter every room. Okay. Oh, ich kann meine Objectives auch immer wieder öffnen, falls ich sie vergesse. Es sind nämlich sehr viele. Nur mal so eine Frage. Fürs Verständnis. Kann die Decke runterknallen? Denn diese ganzen Säulen, die irgendwie weisen die da so leicht drauf hin. Ihr seht ja richtig ekelhaft aus. Vielleicht sollte die jemand mal waschen, ne? Vielleicht sollte ich die auch einfach da stehen lassen, wie sie sind, ne? Vielleicht sollte ich mir auch einfach irgendeine Limonade kaufen. So, enter every room, ja. Ich hab diesen room geentert. Zählt das hier auch als room? Sollen wir eigentlich sagen, dass wir ihn hören? Nee, lass mal. Dann ist es witziger. Sollen wir, wenn ihr aktiv werdet, dann merke ich das, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall merkst du das. Ich hör da die Musicbox. Muss ich da eventuell dran? Oh, das ist mein Office. Ich habe keine normalen... Also, ich habe normale Türen. Das ist das Problem. What the... Oh mein Gott, ich hab Kameras. Bye, have a great time. Ich geh mal ganz woanders hin, ja? Ich versteck mich einfach irgendwo. Ich sollte nicht zur Küche gehen, weil da wird sie bestimmt auch hier gehen, ne? Hallo? What's going on? Er spielt die Musik ohne meine Erlaubnisse. Ich geh da doch nicht hin. Ich bin doch nicht lebensmüde. Hi. Hi? Ich hasse Haie. Ah! Scheiße! Ist er noch hinter mir? Ich glaube, er ist immer noch hinter mir. Kann das sein? Lass mich durch. Ich laufe einfach weiter. Alles ist gut. Alles ist easy. Alles tut, tut. Was? Es geht nach oben? Was für eine kleine Wand. Diese Züge stecken... Ich geh nicht nach oben. Was? Nein. Ah! Was zum... Wo... Bin ich? Hello Neighbor? Habe ich das nicht schon längst hinter mir gelassen? Aber es ist komisch, wieder hier zu sein, nicht wahr? Vielleicht hier lang. Was zum... Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein! Old Freddy. Die Wizards sind auch noch da. Bitte nicht. Wo ist denn die scheiß Musicbox? Oh nee. What night's old Freddy? Du hast nicht mal eine... Du hast nicht mal eine Hitbox. Von daher. Ich glaube, du bist so unbedeutend. Ach du Scheiße. Scheiße. Ich muss die wirklich whiten. Alter, geht's? Was willst du denn? Schrothaufen. Schroosch. Die haben ja ordentlich investiert, ne? Naja, aber das ist es auch. Also das hat sich gelohnt, für diese paar Spielautomaten noch einen ganzen ersten Stock drauf zu knallen, ne? Ich meine, ich merke teilweise nicht mal, dass ich überhaupt eine Lampe anhab hier. Seid ihr gesprächig oder nicht, hier? Nein, du. Huoh. Huoh. Hu. Aaaa. Ich lass die Messer abgeschlossen. Oh. Das bringt mir aber nichts, wenn ich die Musicbox nicht aufgeweinet lasse. Ah! Scheiße. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Gehlslag. Alter Puh Na los Ich muss die ganze Zeit e-spam Hab ich jetzt hier in Rune geentert? Richtig Ich bin doch voll aufgeschmissen hier Nein Warum machst du dir den Kopf? Wofür hast du Schisch? Was gibt's da zu grübeln? Bitte frisst mich nicht Jemand kommt, jemand kommt, jemand kommt Warum wird das immer so laut? Na Ist die Nacht um? Mach doch mal hin Hab ich's geschafft? Hab ich die erste Nacht durch? Hab ich tatsächlich überlebt? Ich hab tatsächlich überlebt Oder überfahren wir sie mit einer geistreichen Lüge Was ist jetzt mein Objective? Pick up pieces of trash Ach das war quasi die Einführnacht oder was? So nach dem Motto Ja, guck dir mal alles an Ach das ist also Trash So jetzt darf ich hier Hausmeister spielen Toll Ach immerhin leuchtet der Trash War das grad ein Hotdogbrötchen Mit drei Würsten? Oh hell no man What the fuck man? Ach was ist denn hier passiert? Schande über euch Muss ich das auch wegschmeißen? Ne ne? Das esse ich einfach Guck mal es ist auch Müll Da ist es jetzt schon jemand Ausgeschafft Oh T-Pause Chica Warum fließt ihr euch nicht weg? Warum fließt ihr euch nicht weg? Warum? Oh no Nein Das ist nicht gut Das ist alles nicht gut Das ganze gar nicht gut Das ist alles ganz gut Gar nicht gut Oh fuck Verpisst euch doch mal Oh Soll ich denn mal? Bitte guck mich nicht holen Warum kann ich nicht crouchen? Das ist so infiziert hier von Animatronics Warum warst du schon so nah? Warum warst du schon so nah? Warum bist du so wieder da? Bitte Nein 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 Soll denn hier noch Müll sein? Oh blöden Jumbo Becher Fucking hell Oh god Tipp Get good Verbleck mich doch am Arsch Pick up the pieces of trash Kann ich vielleicht einfach das Spiel hier aufheben? He 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 Ach das ist doch Müll Das Papier Aber ich konnte das nicht aufheben an der Stelle Das leuchtet Ich kann das doch wohl aufheben oder nicht? Warum ist die Hitbox so komisch hier an der Stelle? Wehe das ist verpackt und man kann das nicht schaffen Es ist doch bestimmt schon so weit oder? Nein Sie ist hier Müll Anlauf Stimmt das oben noch was oder? Oh Oh nein Nein Warum ist das denn so laut? Nein 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 Wo geht es hier lang? Wo geht es hier lang? Weg 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 Don't stare at the shadows! Welche Schatten, was laberst du? Also immerhin ist der Müll immer an festen Orten, ne? Es ist so dunkel hier, ne? Ehe von dir hab ich ja gerufen! Press F to use your flashlight! Ich schlachte euch alle systematisch ab! Wir bleiben ruhig und gelassen, ne? Wir regen uns hier nicht drüber auf. Das ist ein Spiel. Welches wie ernst? Was ist denn das? Das sind Vierwürstchen! Es sieht aus wie der Schuhsohle! Alter, welcher Mensch ist denn sowas? Es ist fast schon Restaurantqualität. Ich würde das in einem Restaurant annehmen, ohne zu meckern. Darf ich jetzt jedes Mal hier rum und sammle den scheiß Müll ein? Niemand mag dich. Gut, eigentlich mag nicht jeder, aber ich sag das jetzt einfach mal so, ne? Niemand mag Toychika! So, Viech, Alter, dieser Fiebertraum eines FNAF-Characters! Du! Das hat sie gehört! Es tut mir leid! Bitte nimm es nicht persönlich! Das war nicht so gemein! Nein, war es nicht! Bitte! Das ist Müll! Der Moor hieß! Äh, meine Knochen! Ich werde mich jetzt umdrehen und diesen Raum verlassen. Ja, das werde ich tun. Omi, wo bist du? Warum? Weiß ich auch nicht, du mystische Stimme. Warum hörst du auf zu gehen? Weiß nicht, wo der letzte Trash sein soll. Fucking shit, da läuft er schon auf mich zu. Ist die schneller als ich? Objectives are not optional. Du bist ja nicht ganz dicht. Objectives are not optional. Guck mal, ich habe ein cooles Snuff-Game programmiert. Willst du das mal spielen? Oh, hier liegt noch Trash. Du musst so ein bisschen das alles auswendig lernen. Bis man dann einfach nur noch durchrennt und dann alles einsammelt. Einfach mitnehmen, los. Komm, sammle das ein, warum ist das hier so buggy? Ja, jetzt muss ich echt noch die Zeit überleben. Hatte nicht weh von. Aber ich will das nicht. Also ich will schon, aber ich will das nicht machen. Oh no! Gott, ist das hart, Alter. Gibt es her? Es passiert wirklich, wie ich einfach nur im Schrank verkrieche. Warum bist du so schnell? Ich bin nicht hier, ich schlafe, ja? Ich will nicht gestört werden bei meinem Schlaf. Kannst dich da schön wieder verpissen mit deinem blöden Sound. Oh nein, jetzt geht's los. Ich glaube, das war ein großer Fehler, oder? Ich will kein Jump-Scare, bitte nicht. Oh! Das war gerade Puppet, oder? Nein! Ich dachte gerade für einen Moment, ich wäre safe, ne? Sammle ein, sammle ein, sammle ein. Sammle das ein! Wir sind alle nett und freundlich zueinander, ja? Hinter mir ist nichts, ja? Oh, scheiße. So. Fucking Shit! Ah! Oh! Oh! Fuck! 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 Nein! Nein, bitte nicht! Bitte nicht, ich bin doch so jung! Nein, bitte, bitte! Halt auf! Haut ab! 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 hinter mir! Es ist sehr laut hinter mir! Nein! Die Türen, haltet bitte nicht auf! Es hört nicht auf! Es hört einfach nicht auf! Wie soll ich denn jede Nacht überleben, wenn die mich die ganze Zeit verwolgen? Get good! Play your fucking game alone! Play your game! Nein! Oh Gott! Objectives that can be picked up will have a slight glow! Oh, wie schön! Ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, you piece of trash! Wie soll ich das machen? Wie soll ich denn klarkommen in diesem Spiel? Es ist ein zu enger Raum und es gibt einfach keine Versteckmöglichkeiten! Also doch, irgendwo schon, aber das bringt mir ja auch nichts! Die sehen das doch, oder nicht? Dann fressen die mich aus dem Schrank! Das bin ich doch auch nicht! Ich werd mich gleich einfach in dem Schrank da verpissen, der daneben steht, neben der Music Box und dann, dann werd ich einfach warten! Pick it up! Mach doch! Ich hab nicht ewig Zeit! Das ist jetzt nicht gut! Das ist nicht so gut! Ja! Was machen wir da jetzt, hä? Stört dich das Karussell irgendwie? Stört dich da irgendwas dran? Raus mit die Viecher! Ich hab das Gefühl, mein Plan hat Probleme! Mr. Hasenmann, nein! Schön weiter! Ich hab vergessen, wie man läuft! In einer Reihe sortiert bitte zum Ausgang! Verlassen Sie diese Einrichtung und kommen nie wieder zurück! Jetzt bewegt er einen fetten... ÄP! ÄP! was ist das denn, ernst jetzt schon ich hatte nicht eine chance das ding fliegt ja durch die gänge wieso was für freddie ich hatte doch kein old freddie ich hatte nicht mal new freddie ich hatte keinen freddie ich hatte kein frederick fred hold das nehme mit das sage ich ein ballon beutrunk das würde ich nicht einverleiben das gibt das jetzt das ist nicht so nice dass das will ich aber nicht haben nein dann fang ich auch noch so komisch an zu machen die fresse meine nachbarn müssen auch denken dass nein jeder nicht rein du willst raus da wurde ich doch gleich erst rein weint 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 und in den schrank in den schrank sagte ich ich find's auch toll wie viel ich sehen kann perfekt das machen wir jetzt immer weiter so sein ich weiß doch nicht ob die das checken ist wenn man vor deren augen in schrank reingeht dass sie dann da rein gucken ist das spiel wie hello neighbor wobei bei Der Hello Neighbor war ja auch zu doof, scheiße. Wie macht ihr das nur? Time to try it out! Ich wurde nicht gefressen. Kann ich mich dich einfach in der Box verstecken? Wobei, ne, da ist ein paar Pappe drin, das... Ne, danke, ich teil mir keine Box mit dir. Ne, danke, nein. Voll der Banger, hm? Ja! Ja! Ich bin jetzt safe, okay? Ich habe das Spiel geschafft. Es hat bestimmt nur eine Demo. Es gibt nur zwei Nächte. Und damit ist das Spiel durch, ja? Wenn ich jetzt auf Continue drücke, dann wird er mich wieder bei Nacht 2 rausschmeißen. Und dann wird all... Pommes. Locate Key for MGMT Office Und... Unlock the MG... MGMT Office... Was zum Fick ist ein MGMT Office? Was, Bruder? Pappelt. Weißt du, was ein MGMT Office ist? Junge, wenn du dich nicht gleich verpisst, schopfe ich dir dein blödes Maul mit dem Drecks MGMT Office. Okay, danke. Hat nicht viel gebracht. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ähm... Hallo. Willkommen bei Freddy Fazbear's Pizza. Ihre Bestellung bitte? Chicken McNuggets. Sir, gesichtslos. Wo hat er sich hingepoltert? Das ist also das MGMT Office. Was soll ich... Da drin? Das ist das Office, was die ersten beiden Nächte offen war. Wer hat... Welcher Trottel hat das jetzt abgeschlossen, hä? Das war bestimmt der Praktikant wieder. Ah! Das warst du, oder? Oh, das klingt ganz schön ekelhaft. Weißt du das? Das ist nicht gesund. Ich hab das Gefühl, dass das nicht gut ist. Ich hab das Gefühl, dass du schneller bist als ich. Ich hab das Gefühl, dass ich den gleichen fetten Chaps gehabt bekomme. Ich hab das Gefühl, dass das auch nicht so gut ist. Geh da durch! Geh weiter! Tappe ist nicht da. Danke, dass du weg bist. Warum seid ihr noch nicht aktiv? Aber ich beschwerbe mich nicht. Das ist ein sehr entspannendes Spiel, muss man schon sagen. Oh Gott. Ich soll jetzt echt einen Schlüssel finden? in einem Gebäude, in dem Lichtzustände herrschen, die ich noch nie gesehen habe? Ganz ehrlich, der Mitarbeiter, der den verbrasselt hat, sollte selbst dafür aufkommen. Das hab ich nicht zu verantworten. Wohin! Oh, Bonnie Nasenlos ist da. Toll. Jetzt hab ich nasse Socken. Oh Gott! 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 Weißt du was? Ich scheiß auf dein scheiß MGMT-Office. Weißt du das? Ich bin ja grad reingekommen. Das bedeutet, ich hab einen Schlüssel zu diesem Gebäude. Guck mal, was hier ist. Guck mal, was da draußen ist. Eine Außenwelt. Ja, auch wenn man das nicht sieht. Aber hinter diesen Dingern, da ist eine Außenwelt. Und die werde ich jetzt schön besuchen. Tschau Freddy Fazbears!